Mo, die Reihenjäger haben ganz vergessen, auf Stop zu drücken. Ähm, ich denke, ich wollte gerade einen Trecker kaufen, aber ich will erstmal gucken, Tuning, kaufe einen Traktor, verkaufe einen Traktor. Brauche ich alles noch gar nicht. Ich will erstmal jetzt Meisterschaft sehen, was man jetzt hier alles noch so ein bisschen gewinnen kann, ne? Hier habe ich Bronze, da habe ich Gold. Okay, dann wollen wir doch einfach mal sehen. Rennen mit Gegnern. Okay, das will ich sehen. Ich will, ich habe Rennen mit Gegner. Es wurde aber auch Zeit, ich habe da lang keinen Gegner mehr gesehen, ne? Und dann muss ich mal sehen, dass ich eventuell, wenn ich das verlieren sollte, noch mal, ne? Eine Bronze habe ich natürlich, aber ich glaube, wenn ich einen kleineren Trecker hätte, dann wäre ich... Hm. Nicht so flink, nicht so flink, nicht so flink, nicht so flink, nicht so flink. Wo wollt ihr denn hin? Wie spät haben wir das überhaupt? Uhrzeit haben wir jetzt nicht da, weil das noch so ein bisschen dunkel aussieht. Wieso rennen... Was ist hier denn los? Wieso seid ihr denn so schnell? Seid ihr besoffen, oder was? Ey, das gibt's, das gibt's. Und? Ja, ganz toll. Das schaffe ich ja niemals, ey. Da muss ich aber auf jeden Fall, glaube ich, mal eben... Ach nee, jetzt so langsam hole ich die ein. Da muss ich die aber mal eben, mal eben hier, aber sowas von... Mit Motor-Tuning machen, ne? So. Das wird ein Small-Play. Also ich mach von dieser hier fünf Folgen, ne? Und dann ist das Jod. Also ich mach ja jetzt nicht hundert Folgen, Let's Play von oder sowas. Ne, ne. Die sind ziemlich schnell unterwegs, muss ich sagen. Die ganzen Willis da hinten. Die kann ich ja nicht an... Die kann ich ja nicht einholen, ne? Also, ist doch nicht so einfach, wie ich's gedacht habe. Muss ich unbedingt zusehen, dass ich hier mal dein Ding kriege, ey. Motorleistung ein bisschen höher. Oder ich kann nicht mal ein A-Tuning abkoppeln. Ne. Und quer durch darf ich auch nicht, ne? Wir sind nicht bei GTA, sagt ihr. Aber ich bin schon näher rangekommen. Ich bin schon näher rangekommen. Ach, die will ich wenigstens ein bisschen haben. Ich will nicht so mich blamieren, ne? Motorleistung. Also muss ich richtig, 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 richtig Action machen. Er ist auch über den Gras gefahren. Dann ist mir das scheißegal. Dann darf ich das jetzt auch. So, verpiss dich da, ey. Verpiss dich da! Selbstschuldhüllt. Was, was ist hier denn? Achso. Oh, jetzt kann ich hier aber hier, ne? Wer, du drängelst nicht ab, ey. Seh zu, dass du da wegkommst. Die lassen sich auch nicht abdringeln. Guck mal, wie schnell er ist, ey. Wie soll ich das denn schaffen? Hm. Wie weit muss ich denn noch? Oh, jetzt, 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 wieder jetzt schon langsamer. Das ist mein Vorteil, da bin ich wie Vettel. Toll. Oh, die kannst du auch nicht abdrängen, ey. Die lassen sich nicht abdrängen. Scheiße. Toll, wenn man, schön, wenn ich mal den so ein bisschen, wie bin ich denn überhaupt rangekommen? Warum sind die immer so schnell und gerade bin ich rangekommen, ey? Bist du besoffen? Hast du was geraucht oder irgendwas? Dann würde ich doch mal so sehen, dass ich hier... Ach, toll, das macht er auch. Hallo, er grüßt, ey. Guck mal, wie schnell er wieder wegfährt, ey. Das gibt's doch alles gar nicht. Ach, hier, und da vorne ist das, ey. Scheiße, da hab ich schon verloren, ey. Aber das ist jetzt der Grund, warum ich ihm schnell jetzt als erstes gleich Motorleistung erhöhe, auf jeden Fall, ey. Oh, hier, 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 jawoll, 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 jawoll. Das gibt's doch nicht, ey. Dann holt er mich wieder ein. Hm. Ja, jetzt hab ich verloren, ne. Jetzt hab ich verloren. So, dann, ich kann die noch einmal wegkloppen irgendwo. Ja, komm, 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 komm Ich gebe dir gleich mal Übung. Ich will erstmal Motorleistung jetzt hier, Werkstatt, Tuning, Motor kaufen. So, Motor und seine Verstärkung ist Geschwindigkeit 43. Was habe ich jetzt? Ein 38, ne? Ja, wo ist das? Was? Du willst mich verarschen? Was heißt, wenn ich schon draufklicke? Den kauft er das gleiche oder was? Kann ich mal bestätigen? Ich will das nur mal gucken. Naja, ich habe alles gekauft, was ich habe. Das ist ja doof. Ne, das ist ja kacke. Naja, egal. Tuning. Alles gekauft, nur weil ich einmal drauf geklickt habe. Ich wollte ja wenigstens bestätigen. Ich dachte, der zeigt dann wenigstens was an. Naja, egal. Das will ich aber erstmal mal machen. Meisterschaft von wegen. Ich habe verloren an Rennen mit Gegnern. Startgeld 600 Haupt. Bestzeit. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. 48 kmh. Wer? Ich gewinne das nicht. Ich hatte gerade 38 kmh oder sowas alles, ne? Jetzt habe ich alle Tuning-Ups gemacht, die ich da machen konnte. Wehe, Nächte. Flippe gut. Ich werde bekloppt, ey. Und jetzt? Dann soll ich mich mal gespannt. Ey, wie schnell die sind. Aber wenn ich jetzt nicht 48 fahre, wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann filme ich gleich. Och ja, klar, guck mal. Mit der Leichtigkeit überhole ich die jetzt. Ist ja gar kein Gegner. Ihr seid ja gar keine Gegner mehr, ey. Habt ihr keine Kohle, dass ihr frisieren könnt? Guck, in der Kurve überhole ich sogar. Ihr seid ja luscht. Guck mal an. Das ist ja gar kein Problem mehr für mich, ey. Das ist eine ganz andere Klasse. Ja, das ist ja kein Thema jetzt. Jetzt renne ich sie alle davon. Schön. Könnte ich auch mal innenansicht machen. Genau. Straßen, die Geschwindigkeit überschreiten. Straßenpiraten bin ich? Wie geil ist das denn? Ich fahre aber nur 48. Ja, ich bin ja bergab gefahren, aber das zählt ja dann nicht, ne? Okay, guck mal, wie weit ich vor bin, ne? Tschüss. Also hat sich das gelohnt, dass ich meinen Motor tune, ne? Das ist schon mal sehr gut. Die Frage ist, wie viele Traktoren ich denn überhaupt noch brauche. So, hier die Kurve. So, sehr schön. Wie viele ich überhaupt noch brauche? Wie viele Motor-Tunings, wenn ich jetzt schon so schnell bin? Steigert sich das dann gleich wieder? Werden wir sehen, ne? Das werden wir mal angucken. So, hier müssen wir auch schön langsam eben. So, zack. Bin ich doch richtig, oder? Wo fahren die denn lang? Ach klar, ist das richtig. Sonst wäre ich ja nicht auf die Straße. Ich dussel, ne? Ach, die zerstören sich gegenseitig da hinter mir. Habt ihr gesehen, die Dussel? Spring da rum. Also ich bin doch richtig hier, alles klar. So. Wie weit ist das denn noch? Er muss doch gleich im Ziel sein, so schnell wie ich bin. Ich bin doch meistens so leider am Fliegen. Ja, das sieht doch mal Anhänger, ne? Wie wieder am Fliegen ist. Seht ihr das? Zack. Die anderen sehe ich ja noch nicht mal annähernd mehr. Oh! Ja, genau. Entschuldigung. Ich bin vom Weg abgekommen. Wo muss ich denn hin? Ah, hier. Sorry, ich kann ja mal vorkommen, dass ich vom Weg abkomme, ne? Ähm, hier lang, hier lang. Fein. Ach, das hätte ich, dass ich mal gegen Bauer Harm hier gewinne. Du, der hab ich auch nicht gedacht, du. Zack. Du musst wieder lang. Auch hier wieder lang. Manchmal sehe ich das nicht. Wenn man Sonne auf meinem Monitor rumknallt. Ach, wir sind jetzt zu Hause. Ich hab gewonnen. Mit sieben Stunden Vorsprung. Da siehst du, die Ruhe will ich schon. Ja! Hallo, meine Freunde. Dankeschön, 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 dankeschön. Geht doch. Soll ich hier anhalten? Mal direkt davor. Schön. Siehste, hat sich das auch wieder gelohnt? Ein Club? Nee. Mal gucken, was ich jetzt kriege. Gratuliere, du hast Gold. Ja, klar. Meisterschaft. Sie sagen, ich hab wieder ein bisschen mehr Geld gekriegt. Hier hab ich Gold. Da, das muss ich doch mal machen. Präzisionsfahrt. Aber das muss ich mit einem kleinen Trecker, glaube ich, machen. Also. Rennen mit Ladewagen. Oh Gott, oh Gott. Korn mit Mähdrescher verladen. Okay, da wollen wir im nächsten Video machen. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Würde mich echt freuen. Ich sage schon, in diesem Sinne, ab in die Runde. Bis dann. Tschüss. Tschüss.